Mein Name ist Olivier Mermont, ich bin der Direktor der Oberalesser Mittelschule Sankt Ursula. Artome war für uns eigentlich nach langer Recherche das einzige Produkt. Wir haben ein sehr altes Gebäude, über 100 Jahre alt. Wir mussten viele Installationen gar nicht tätigen, also die technischen Installationen von einer Wandtafel, von Kabel, Lautsprecher überall. Eigentlich braucht es nur einen Stecker mit Strom und wir brauchten diese Flexibilität, weil wir wollten die Räume eben anders gestalten. Wir konnten nicht auf fixe Gerätschaften eigentlich zählen, sondern wir brauchten etwas flexibler, beweglich. Und uns ist es wichtig, auch in diesen offenen Räumlichkeiten, dass wir es schaffen, manchmal die Struktur zu durchbrechen, eben das Setting neu zu gestalten, die Pulte umzutischen, vielleicht eine neue Wand zu nutzen. Und das kann eben Artome sehr gut. Die Schüler können einfach zugreifen, die Lehrpersonen haben sehr eine einfache Handhabung dieses Gerät. Und auch Schüler und Schüler können bei Vorträgen, zum Beispiel Präsentationen, ganz einfach sich anmelden und ihren Inhalt vom iPad, von ihrem Tablet oder vom Laptop ganz einfach projizieren. Eben an unserer Schule verfolgen wir das Prinzip des Piot. Das heisst, die Lehrpersonen, aber auch die Schüler bringen ihre eigenen Geräte mit an die Schule. Und für mich als Lehrperson ist es natürlich wichtig, dass ich mich möglichst mühelos und möglichst schnell mit einer Leinwand verbinden kann. Also dass ich mein iPad möglichst schnell verbinden kann. Und das bietet mir Artome. Also es geht sehr schnell. Was auch noch ist, wir haben den Ton eingebaut. Also es ist auch ein sehr guter Lautsprecher. Und ich als Sprachlehrer kann natürlich von dem profitieren. Also bei uns ist der Ton auch sehr wichtig. Wir machen auch Hörverständnisaufgaben und so Sachen. Und da funktioniert das mit Artome sehr gut. Wir haben Artome gewählt, genauer angeschaut, gecheckt und das war eben alles dabei. Wireless Connect, sehr gutes Soundsystem, sehr guter Beamer installiert mit perfektem Bild.